Ich kann leider nicht aufstehen, denn jedes Mal, wenn ich das tut, tritt mir jemand in den Hintern, weil ich dich ins Team genommen hab. Setz dich! Mann, so wie's aussieht, werd ich senil. Denn irgendwas in mir hat gesagt, dass du anders bist als die anderen. Mann, ich hab meinen Hals für dich riskiert. Ja, verdammt, ich hab dir vertraut! Ich hätte nicht zuschlagen dürfen. Sie haben recht. Damit hast du ausnahmsweise mal recht. Ich krieg das nicht hin. Na klar. Einmal schlecht gespielt und schon machst du einfach ne Fliege. Nein, ich mach keine Fliege. Deshalb bin ich ja jetzt hier. Ja, ich mach ein. Vielen Dank.